Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Gleich vorab, das wird eine etwas andere Folge werden als sonst. Ursprünglich war geplant, dass wir diese Woche eine neue Folge zum Thema Jahreskreisfeste herausbringen. Das Jahreskreisfest Luna Saat bzw. das Schnitterinnenfest, das steht jetzt an und wäre eigentlich gestern rausgekommen, die Folge, aber das hat sich diese Woche irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit gezogen, wie Kaugummi diese Folge aufzunehmen und bin total froh, dass ich jetzt in Absprache mit Mo natürlich diese Folge aufnehmen darf. Du hast es ganz, ganz sicher in den Medien verfolgen können oder bist vielleicht sogar selbst betroffen. Hier in der Eifel, wo ich wohne, gab es letzte Woche ganz, ganz schreckliche und verheerende Unwetter. Und nicht nur hier in der Eifel, sondern auch in Rheinland-Pfalz, im süddeutschen Raum, in Österreich, in Belgien, in den Niederlanden. Und diese Wassermassen, die da runtergekommen sind, haben wirklich Verheerendes hier angerichtet. Ich selber wohne in Nöten und wir sind wirklich vom Schlimmsten so sehr verschont geblieben. Ich bin unglaublich dankbar darüber. Aber keine fünf Minuten weiter ist ein Dorf im Prinzip fast dem Erdboden gleich gemacht worden. Und Bad Münstereifel kennst du sicherlich mittlerweile aus den Medien. Da wurden viele Bilder jetzt in den Nachrichten immer wieder gezeigt, welche Zerstörungskraft das Wasser dort hatte. Das ist also unglaublich viel kaputt gegangen. Und das ist noch nicht mal das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste ist, dass auch sehr viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Und ja, aktuell ist es eben so, dass unglaublich viele Menschen beim Aufbau helfen. Unglaublich viele Menschen spenden Sachgegenstände. Es gibt natürlich auch die die Möglichkeit, an diverse Hilfsorganisationen zu spenden. Und mein Wunsch war es, eben auch irgendetwas zu machen. Ich bin allerdings seit Ende Mai, also glücklicherweise, Mama von einem kleinen Jungen und bin dadurch nicht ganz so mobil, wie ich sonst bin. Sonst hätte ich mir schon längst meine Gummistiefel angezogen und mich mit einer Schippe bewaffnet und hätte tatkräftig mit beim Aufräumen geholfen. Aber es geht eben gerade nicht. Und irgendwas wollte ich aber machen. Und jetzt bin ich in einer WhatsApp-Gruppe und da war es so, dass eine Frau einen Hilfeaufruf für eine junge Frau gestartet hat. Und zwar geht es um Anna, eine 20-jährige junge Frau. Sie selber hat keine Eltern mehr, dadurch auch nicht so dieses soziale Netzwerk, Sicherheitsnetz, familiären Netz. Und für diese junge Frau möchte ich heute gerne in dem Podcast einen Spendenaufruf starten. Ich habe die direkten Kontodaten in den Shownotes mit angegeben, sodass das Geld eben ohne Umwege direkt auf ihr Konto landet. Anna hat leider ja auch bei dem Unwetter so ziemlich alles, also ziemlich all ihr Hab und Gut verloren. Auch durch ihre Wohnung ist die Flutwelle gestürzt und ja, hat im Prinzip alles kaputt gemacht, beziehungsweise unbrauchbar gemacht. Sie hat glücklicherweise schon tatkräftige Unterstützung, um zu Hause aufzuräumen. Aber eben gerade jetzt fehlen finanzielle Mittel, um ja wieder eine Wohnungsausstattung zu besorgen und alles wohnlich zu machen. Und genau an diesen finanziellen Mitteln scheitert es gerade. Die Versicherung kommt leider auch wegen fehlendem Versicherungsschutz nicht auf. Und deswegen möchte ich einfach total gerne heute diesen Spendenaufruf für Anna starten. Ich weiß, es gibt super, super viele Menschen, die gerade auch finanzielle Unterstützung benötigen, weil sie vor dem absoluten Nichts stehen. Und wenn du eine Person hast, für die du ebenfalls einen Spendenaufruf machen möchtest, dann habe ich also eine kleine Anleitung für dich in den Shownotes, wie du das Ganze machen kannst. Das ist wirklich total einfach. Es gibt auch Plattformen, über die man Spenden sammeln kann. Und ja, ich möchte aber eben, oder wir möchten eben heute für Anna diesen Spendenaufruf machen. Und ich hoffe so sehr, dass ganz, ganz viel Geld zusammenkommt. Ich hoffe sehr, dass du, wenn du nur einen Euro spendest, das wäre schon wundervoll und auch diese Folge teilen würdest, damit wir einfach ganz, ganz viele Menschen sind, die ihr so ein bisschen helfen können. Ja, und das war es im Prinzip heute schon von Kraut im Ohr. Heute keine Kräuterfolge, sondern eben eher so ein persönliches Herzensanliegen von mir und von Monika. Und danke auch an Juliane, die im Prinzip so ein bisschen die Ideengeberin war. Ja, weil sie mich gefragt hatte, ob ich nicht eine Person kenne, an die sie direkt spenden könnte. Und daraus ist das dann irgendwie entstanden. Und ja, danke auch Kerni, die den Kontakt hergestellt hat zu Anna. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass ganz, ganz viele Menschen diese Podcast-Folge erreichen, dass wir ganz viele sind. Und wenn jeder nur ein ganz kleines bisschen gibt, dann ist die Summe aber am Ende hinten raus riesig groß und wir können ja Anna so eben unterstützen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht, dass du selber nicht davon betroffen warst von diesen Unwetterkatastrophen. Und wenn du Betroffene bist, dann oder Betroffener bist, dann hoffe ich sehr, dass du den Mut nicht verlierst und dass du tatkräftige Unterstützung hast und dass alles wieder gut wird. Ich sende ganz liebe Grüße und ja, vielen Dank nochmal. Alles Liebe, deine Melanie.